so weiter geht's heute mit der erkundung von havana und fangen wir mit dieser tour da vorne an die brauchen wir ja noch dass wir uns relativ schnell gehen wir sind die laufers soldaten betritt sich mehr allzu viele unterwegs zumindest hier nicht und jetzt wird ein seel gezogen als habe ich meinen schon längst durchgezogen wir versuchen mal gerade ab ich bin immer noch dabei wie gesagt haben wir zwei kunden wir machen doch gar keine mission vier mann auf einmal direkt geholt wie gesagt wir werden weiterhin nach wie vor erst mal nur akuten geheimnisse weiteren ding weiter als ergo sie leichen geplündert ich werde doch ein zwei völkchen machen dann haben wir sie erst mal aber wie gesagt ich hab dann erstmal meine ruhe habe ich wieder neue folgen mal kurz da ist eine tour das ist jetzt nur mal 13 mittlerweile aha da ist eine sind zwei leute ich kann jetzt mal frei ohne entdeckt zu werden wie soll ich das denn schaffen das war aber auch nicht mal meine absicht gerade so die mission sind wir keine hause aus der mission weil ich will sie gerade eigentlich gar nicht machen so wir gucken uns mal die nächste ecke an wo wir eigentlich hin müssen weil die mission die wir uns getriggert hat war diese hier piraten retten brauchen wir jetzt eigentlich gerade noch nicht da ich nämlich noch ein bisschen an bisschen noch an den missionen weitermache da ist nämlich die weitere tour falls euch das über und so langweilig jetzt einfach skrippen so wir hatten wir ich habe gerade fein gesehen ich habe gerade irgendwas gesehen das feines betrifft so das war ja zu verlockend die vier da weg zu nehmen doch oh schuldigung mein freund das war keine absicht äh wo ist denn die truhe ist hier unten drunter ja scheinbar da ist die da ist die so weitere tournummer 14 hier wäre noch ein zischen naja manuskript ist das weiteres dann holen wir uns das eben schnell noch dann sind wir schon mal auf der richtigen sind wir wieder auf der seite da ist die 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 sind die 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 Oh, 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 oh. Ah, das ist geil. Wir kriegen Hilfe gerade von den Kollegen. Dankeschön, Freunde. Weiter geht's. Weiteres Geheimnis. Weiter geht's. So, was haben wir denn hier überhaupt? Das ist ein Kurier, aber das brauche ich jetzt nicht. So. Oh, weiteres. Weitere Aufgabe. Jetzt wird's langsam dunkel. Aber die blauen Punkte sind unsere Freunde. Die helfen uns. Psst, psst. Du bist tot. Kaputt. Kaputt. Oh. Nur drei. Bis jetzt sind wir auch nur einmal gestorben. Und das war meine eigene Blödheit. So, weiter geht's. Gehen wir wieder hoch. Nehmen wir mal, ist das unten oder ist das oben? Oben, ne? Ja, es wird zumindest oben angezeigt. Also, wenn was ist es oben? Da waren wir schon mal. Warum denn was? Ich hab mir schon vorher mitgenommen. Warte mal. So, Fragment. Weiteres. Nummer zwei überhaupt. Wir haben 15 insgesamt. So, brauchen wir noch nicht synchronisieren. Haben wir schon. So, weiter geht's. Ja gut, wir haben noch die ganzen Dinger da vorne. Hier vor uns. Hier sind noch Animus. Hier sind noch Animus. Also, die sind alle ziemlich nah beieinander. Hier wäre noch ein C.S.C. Shanty. Hier wäre noch ein... Äh, nee, mein Skript ist es. Dann machen wir das doch. Dann springen wir da kurz rüber. Deswegen, wie gesagt, als erstes immer erst die ganzen... Erstmal die ganzen... So, was haben wir denn überhaupt schon mittlerweile? Wie gesagt, wir haben fast alle Truhen. Wir haben fast alle Notenblätter. Wo ist der eigentlich? So, Waffe raus. Allee, nicht. So, weiter geht's mit der... Die Manuskript dort. Da sind... Scheinbar wieder einige Feinde in der Nähe. Ah, ist es jetzt? Einer weniger. Ich will nur die Scheiß-Truhe haben. Oh, das sind ein paar Feinde. Ich habe keine Dings mehr. Wo sind wir verkommen, dass ich wieder rauskam aus der Situation. So. By the way kann ich hier, glaube ich, was... Äh, was... Oh, cool. Das ist ein Versteck. Aber du bist du. Das war der letzte Streich, mein Freund. So, weiter geht's. So, was haben wir denn noch als nächstes? Ne, Truhe? Natürlich, klar. Die ist ziemlich schön bei uns in der Nähe. Die nehmen wir immer mit. Die Frage ist, wo sind die? Ist die oben? Ist die unten. Die ist oben. Ich wollte nur die Scheiß-Truhe haben. Da. Da. Das war gut jetzt aber auch da. Meine Fresse. Weiter geht's. Weiter geht's. Meitere 15. Oh, eine golde Taschenuhr. Und wir haben jetzt mittlerweile 10.000 Real auf der Hand. Was ist denn da los jetzt mit dir? Komm her, jetzt hier. So, erledigt. Ich verstecke mich kurz, damit hier nicht irgendwie noch was... Also, auf der Wettbewerb, weil nichts mehr ist, aber... Ich hab meine Ruhe. So, ich bräuchte mal wieder neue Rauchbommer. Ich kann ja wahrscheinlich vom Händler irgendwie wieder welche kaufen. Ich hab ja ein bisschen Kohle genug, deswegen... Da hab ich ja gerade alles ein, ja? So, nächster Punkt. Naja, da kann man... Da haben wir noch bestimmt sicherlich... Also, hier oben haben wir schon noch ganz, ganz viele Feinde, die sich freuen würden, unsere Bekanntschaft zu machen. Animus, Frank, bitte. Machen wir weiter. Jetzt müssen wir zu gucken, dass wir wieder hochkommen, ne? Oh, da sind noch viele. Komm, wir nehmen sie mal einfach kurz ein. Hey, mal, Freunde! Schiff ist da. Ach, das sind sogar 6. Insgesamt. Also, geh mal hin. Du, meinst, mal, bitte stehen. Und du, dass ich einfach mal jetzt kann... Ach, das war ganz, ganz knapp, dass ich den jetzt noch gekassiert hab. Weil ich war halt nichts mehr an Leben. Aber fast nichts mehr. Oh, wieder Rauchbomben. Sehr schön. Rauchbomben sind immer sehr, sehr, sehr gut. So, brauchen wir nicht die Waffe. Guck mal, gerade mal, ob wir irgendwie noch was haben, was es... Ach, hier können wir die Emissionen. Okay. Die ganzen... Brauchen wir nicht. Gucken wir mal, gerade auf die Händler irgendwas hat für uns. Wir würden mal noch mal unsere Vorräte auffrischen können. Bestätigen. Neue Gegenstände gekauft. Rauchbomben. Jagdbäute verkaufen. Alles verkaufen. Ja. Nicht damit. Wollen wir nicht. Kühlschweinhaut. Auch die verdicken mal kurz. Gut. Aber ich guck mal, ob wir noch wissen, was finden dann Material an Dings. 14.000 Offiziersrapier. Jetzt haben wir den überhaupt auch momentan an. 2, 3, 5, ja. Und das... Dann hat er nicht über 100 Dings. Na, momentan... Wir warten noch ein bisschen. Jetzt wollen wir uns was kaufen. Momentan geht's ja. 1, 2, 3... Und nehmen wir mit. Und nehmen wir mit. Also scheint es tatsächlich der Fall zu sein, dass wir... Vielleicht sogar die Gruppe der Stadt aufräumen könnten. Als... An... 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 Feindlichen Soldaten. Und ich war ja eigentlich auch was anderes aus. So, gucken wir mal. Wenn er da hochkommt. Nein, ich habe keine Probleme. Das habe ich doch gerade so irgendwas verstanden. Dabei in Spanisch... Aber... Jetzt... So... Jetzt... So, das war der Gedanke dahinter. Jetzt muss ich gerade gucken, wo das Ding ist. Was ist denn das Ding hier? Ach, da unten? Ein weiteres Animus-Fragment. Das wollte ich haben. So, jetzt klettern wir mal kurz da hoch. Damit war die nächsten, das nächste, weitere Animus-Fragment. So würde es eigentlich gar nicht mehr sein, damit wir was holen können. Genau, da oben ist es, auf dem Kreuz. Ja, komm. Nein, 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 du bleibst mal schön da. Nein! Das war keine Absicht, Mann. Wieso gehst du da runter? Ich will das Kreuz haben. An das Kreuz, das... Weitere Fragment Nummer 4. Ja, Fragment haben wir noch nicht allzu viele. Da fehlt noch eins. Das hier. Du musst aber uns definitiv auch diese Folge noch holen. Ei, das sollte man lassen. Das ist doch auch immer ein Feind. Was denn der? Das ist unten, oder was? Ja, da sind noch zwei. Okay. Warte mal, kann ich das nicht hinkriegen? Geschafft. Gehen wir wieder da hin, wo wir uns am wohlsten fühlen. Nämlich oben auf der... Ach, da ist doch das. Was ist denn das? Das habe ich mich schon gesehen, oder nicht? Ach, da unten. Was ist denn das insgesamt? Das sind wir zwei? Das war das erstmal. So, wie sie es sind. Ich meine, nicht theoretisch würde ich damit fertig werden, aber... Du ja. Äh, da. Scheiße. Ich war nicht fachsichtig. Ah, Mann! Tue ich da nicht hoch jetzt, oder was? Nein! Ich will dieses Scheiß Ding haben. Ist das Sinn? Komm, Mann! Ich will das Ding noch haben und dann nochmal Feierabend heute. Warum nicht? Wieso springst du? Der hätte nur gerade drauf... Der hätte nur gerade drauf springen müssen. Da hätte ich ihn gehabt. Und dann sagt er, nö, da springe ich lieber vorbei an dem Ding. Komm jetzt her! Hier, jetzt haben wir es. Nummer 15. Gucken wir mal, wie viel wir jetzt mit einem Rutsch kriegen. Zwei! Und tschüss! So, dann haben wir es. Für uns ist dann heute tatsächlich Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und, äh, dann... Ähm... Ja, dann sehen wir uns, genau, in der nächsten Folge wieder. Und, äh, dann machen wir weiter mit der wahrscheinlich Erkundung von Havanna. Wir haben nämlich noch nicht alles. Bis dahin! Tschüss! twelveLS ein Wie 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 wie